In der dritten Woche unserer Gewinnspielreihe gibt es Codes für diverse Spiele zu gewinnen. Den Anfang macht direkt die Digital Deluxe Version von Legacy of the Void, also der dritten Story Kampagne von StarCraft 2. Falls euch das letzte Kapitel des Strategie-Hits also noch fehlt, hier ist eure Chance. Weiter geht's mit Thimbleweed Park, dem neuesten Spiel von Adventure-Legende Ron Gilbert. Wer also schon Hits wie Maniac Mansion oder Monkey Island liebte, ist hier genau richtig. Dieses Spiel gibt's sogar gleich dreimal zu gewinnen. Den Abschluss macht Police Tactics Imperio aus dem Hause Astragon. Hier müsst ihr eure Polizeitruppe erfolgreich in die Schlacht gegen das organisierte Verbrechen führen. Mitmachen könnt ihr diese Woche sowohl auf Facebook als auch auf YouTube. Details gibt's in der Videobeschreibung. Wir danken allen Publishern für das Bereitstellen der Preise. Und euch wünschen wir viel Glück! Dann gibt's hier mal ein Schwenker, denn es geht ans ist bei einem Schwenker 2007-2002-2005. Und jetzt möge ich dich damit. Schwenker 7-2006-2006. Ich bin gerade noch in der kosten determined dieses Spiel zum Annenatorne. Junker 8-2004-2008-2008-2008-2008-2008-2021. Die Schlacht gegen die Schlacht gegen die Schwenker war bewundetragen?